Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute Tochter von Heidi Klum, Leni zeigt erstmals ihr Gesicht. Das ist schon eine kleine Sensation, die Tochter von Heidi Klum hat erstmals ihr komplettes Gesicht der Öffentlichkeit präsentiert. Bislang hat Model Mama Heidi Klum akribisch darauf geachtet, dass ihre Kinder nicht ins Rampenlicht gezerrt werden. Doch ihre älteste Tochter Leni Klum, die mittlerweile 16 Jahre alt ist, will allem Anschein nach in die Fußstapfen der prominenten Mama treten. Und jetzt hat sie sozusagen die Model-Taufe erhalten. Die junge Frau ziert das aktuelle Cover der Vogue. Heidi Klum hat sich kurz darauf auch zu Wort gemeldet. Was sie von dem Foto und dem Durchbruch auf der Modelbühne hält, sie ist ganz offensichtlich mehr als stolz auf ihre Tochter. Meine liebe Leni, ich bin so stolz auf dich. Und zwar nicht, weil du dich für diesen Weg entschieden hast, schrieb sie auf Instagram. Ich weiß, dass egal welchen Weg du gehen wirst, es dein eigener sein wird. Du weißt immer ganz genau, was du willst und was du nicht willst. Du bist kein Mini-Me und ich freue mich für dich, dass du jetzt jeden zeigen kannst, wer du bist. Es ist übrigens nicht nur das erste Mal, dass Leni Klum auf dem Cover eines Modemagazins zu sehen ist, sondern es ist auch das erste Mal, dass man das Gesicht des hübschen Teenagers sieht. Und eines ist auf den ersten Blick klar. Sie kommt ganz nach ihrer Mutter. Kurz darauf postete Leni dann noch ein Video auf ihrem Instagram-Kanal. Das Video zeigt offenbar Ausschnitte von dem Shooting des Vogue-Cover. Es zeigt Leni mit ihrer stolzen Mama in vielen intimen Posen. Es bleibt dabei kein Zweifel, diese beiden Menschen verbindet nicht nur eine Verwandtschaft, sondern auch eine innige Freundschaft. Toll, dass Heidi Klum und Leni ihren Fans jetzt so tiefen Einblick in ihr Leben gewähren. Hoffentlich gibt es bald mehr davon. Ihre Fans können es auf jeden Fall kaum noch erwarten und sind sichtlich gerührt von den Bildern. So süß, so hübsch und einfach nur wow, posten Leni's Follower unter das Video. Und einige sind sich sicher, Leni Klum ist the next Supermodel. So, das war es schon wieder mit einer neuen Folge von Einfach Wissen. Was haltet ihr von der Nachricht? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.